Es ist ja klar, dass wir die Sache jetzt gewinnen. Wir sind nur zu viert! Wir haben ja einen technischen Timeout. Direkt vor zwei, wir müssen das machen. Fahrstimmmusik einblenden. Aber denkt dran, Team Attack ist an. Unsighted. Oh, und noch bei City. Wir können auch A gehen. Ja, dann macht ein Go. Nice. Nur noch einer. Nur noch einer. Dacusa, du musst nicht gucken. Du hast mehr HP. Ja, ich gehe in Elbsfall. Nur noch sieben Schuss. Fert, 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 fert. Oh, Headshot. Vier Schuss. Der ist low. Nice, Dacusa! Was ist unser Mate? Äh, Leute, es läuft doch an. Hallo, Abby Fly. Der ist top schon. Ach so. Ah, ist Level 99. Nice. Phase Level 99. Ja, Alter! Level 99. Ich gehe mal second rüber. Appartement. Einer weg bei mir. Geht B, geht B, oder? Ah, Crap! Ah, ist frei. Ah, ist wahrscheinlich frei, Crapix. Der hat 10 AP. Der kann die AK saven, Crapix. Würde ihm die nicht saven müssen. Nice! Ey, aber wie lange dein Mate... Warum geht denn der nicht ran, der Ape Fly? Kack. Fogel. Dankeschön, Crapix. Dankeschön, Crapix. Dankeschön. Ich flash gleich über City drüber. Ab jetzt. Meanwhile... Ist weg. Der ist weg. Aua, ich bin in meiner eigenen Molly. Macht ihr Coffins? Ne, ihr habt keine... Oh mein Gott, der kann mich. Danke. Don't die, don't die, don't die. Incoming. Habt ihr noch in City Smoke liegen? Der liegt noch ein... Der Kot ist dead. Ach du Kacke. Mein Aim ist heute nicht mehr da. Nice, sehr schön. Ist der einfach auf K gegangen? Ich... Ich lurk hier auf B. Geht hier einfach. Na Kusa, ich schmeiß noch ne Smoke bei dir und dann geh ich auf A. Alles klar. Ist der mitte runter? Ne, der ist nicht. Der kann runterlaufen jetzt gleich. Also, kann er ja. Der ist Short weg. Surprise! Hala! Ach, lachhaft, wie das nicht ran geht. Wenn er noch pushing. Er ist unten auf A Short, einer. A wäre auf B. Hint. Oh man, dann... Ah, glaubt. Das ist doch nein. Ja, was ist das für ne Flash? Der kommt, der kommt, Zeit. Nice, Niesel. So ein kleiner Win direkt hier wäre natürlich sehr, sehr nice. Ja. Ja. Einer oben, balcony durch. Was hoch? Einer ist balcony down ey. Grün hat die Bombe, ich weiß nicht was ich da. Was er treibt. Könnt ihr ihm das kurz sagen? Ich kann im Game nicht reden, dass wir B gehen. Please kill. Was kann man mit? Ja, grün hat die Bombe verloren, der Affe. Er hört doch nichts, er hat nichts gezeigt an der Reaktion. Ah, long. 27,1. Wir hatten aber, wir haben schon mal mit einem gespielt, der taub war. Ja, Faces. Ist das noch scheinbar. Ist irgendwas taubstum, der sitzt jetzt grad mit Zeichensprache vom PC. Wahrscheinlich hört sein Betreuer auf seinem Schoß und muss ihm das übersetzen. Das ist halt das Risiko an solchen Games, dass du dann halt ein Mate hast, der halt einfach, weiß ich nicht. Der Scheiße ist einfach. Bisschen Minerville. Auf Teamplay-Ebene Scheiße halt. Also, nice. Lass A versuchen, lass A versuchen. Ach du Kacke. Der steht im Kopf mit. Ja, der random lebt halt auch der Banane-Runde. Seine Scheiße. Ich weiß, dass das sich aufgeregt hat. Aber komm mal runter. Ich geh mal B rüber und guck wohin er läuft. Am besten gehen wir einfach alle in eine. Genau, er läuft. Einer Banane ist wieder runter. Einer weg. Einer Banane ist wieder runter. Zwei. Ich stehe langsam ans Dieselgüsten mehr. Lass an der Green. Be careful. Hey, hallo. Na, ich warte kurz bis Green kommt. Ne, Grün guckt Second. Grün guckt in Second in Gang. Ja, der hat ihn. Nice. Nice Green. Ja, ich schreib auch mal nice. Komm nicht, dass er denkt, wir sind irgendwie Pace auf ihn. Dann geh ich close runter als Niesel. Er gibt mir den Headshot. Komm runter. Okay, wir müssen die kommen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Wie die uns von da vorne schon ausschalten. Einer A-Shot. Ja, schade. Wir sind noch P90 mit. P90! 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 Mann, für Jan hättest du sie ruhig mitnehmen können. Snesel, ich bin so traurig. Da liegt eine AK-Lung. Einer close bei dir. Ist weg. Snesel, ich bin so ein Schott. Ey, ihr habt euch das weirste Glitch in CSGO, wo Clara... Hier ist mein Freund Clara, jetzt. Schieß mal die AK rüber. Achso, willst du nicht das Ding haben? Versuch jetzt zu save'n, oder? Achso, ich weiß... Ja gut, die Zeit... Du hast ein Kind, du hast ein Kind. Ich glaube einer Apps und einer Side. Okay, okay. Snesel, bist du die AK? Ja, ne. Ich fliege rein. Ich versuch direkt etwas zu holen. Wow, nice Snesel. Holy shit. Ich komme rüber. Ich glaube, ich... Jo. Ist weg. Letzter. Letzter. Ich warte bis Orange da ist. Ja, ich komme jetzt dann rein. Es long. Peng! Also, komm, zwei Runden noch, dann ist der Win drin. Hast du mal Schnupftabak genommen, Jan? Ja. Gerade erst vor kurzem wieder. Wie war's? Nicht so schön. Bumpe. Baby B. Bombe auf Bumpe. Bombe. Wie lange? Aber wir haben, wir haben Ultra-Decleanung hier, also alles gut. Ja, ja. Letztes Top mit. Nice. Sehr schön, sehr schön. Komm, noch eine Unde. Jungs! Einer B oben. Okay. Die flashen mich, ich bin voll. Der ist hier bei mir oben. Nice, sehr schön, Leute. GG. WP. Boom. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam mein Kartoffelflip esse. Denn dann geht mit deiner dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?